Ich glaube, die Arena hat die Aufbruchsstimmung einer Generation ausgedrückt. In Städten, in denen man sich überhaupt nicht überlegt hat, dass die Jugend vielleicht ein anderes Bedürfnis hat als die älteren Bürger. Das Erstaunliche war die Erkenntnis, dass es so viele Gleichgesinnte gibt. Das war schon der Moment, der einem die Augen geöffnet hat. Und das war auch sicher das, was uns ermutigt hat, den Falter zu machen. Und man sah, wie viele Leute unzufrieden waren mit der Kulturpolitik der Stadt Wien, unzufrieden waren mit dem allgemeinen Angebot und auch bereit waren, dem mit einem gewissen kleinen Risiko Ausdruck zu verleihen. Die Folgen von der Arena waren natürlich unglaublich in der Zivilgesellschaft. Die Frauengruppen haben sich gewählt. Es war natürlich ziviler Ungehorsam. In kleinen Bereichen hat es gespielt. Man konnte dann gleich im Anschluss daran Zwentendorf verhindern. Das war natürlich schon ein sehr großes Potenzial, das dann da war und gesagt hat, alles lassen wir uns nicht ruinieren. Also haben wir uns nicht im Ansatz in der Zivilgesellschaft. Das war wirklich dann das Hühnerische Museum, wo man kann das Fachbeizureniere gibt. Das war die Frau, wo man will sagen, das war wirklich nicht am Ende. Untertitelung des ZDF, 2020